Hallo, als Betriebsleiter der VfG Factor AG darf ich Sie heute zu einer Produkturführung einladen. Ganz egal ob im Hause VfG Factor AG oder virtuell. Kommen Sie mit, ich gebe Ihnen etwas Einblick in den Ablauf. Während einer Produktvorführung bei VfG Factor AG zeigen Ihnen meine Kollegen gerne die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten unserer Fräs- und Schneidmaschinen. Dank des modularen Aufbaus von VfG Factor AG können wir die Maschinen gemäß Ihren Anforderungen konfigurieren. Ganz gleich ob es bei Ihnen um die Bearbeitung von Holz, Aluminium oder Kunststoff geht oder ob es bei Ihnen um die Schneidanwendung geht, wie beispielsweise Papiere oder andere weiche Materialien, bei uns finden Sie für Ihre Anwendung die passende Maschine. Durch Smarter Features machen wir Ihre Aufgaben noch einfacher und effizienter. Zu einer Produktvorführung bei VfG Factor AG können Sie gerne Ihr Material mitbringen, sodass wir diese Aufgabe praxisnah erledigen. Selbstverständlich bieten wir auch die Möglichkeit einer virtuellen Vorführung. Kommen Sie gerne auf uns zu, um Ihre Anforderungen zu besprechen und den Termin entsprechend vorzubereiten. Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme und die Vereinbarung eines individuellen Vorführtermins. . ? 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 Untertitelung des ZDF, 2020